Schön ist, wir haben ja eingebaute Vorfahrt. Für den Stadtkurs ist das toll. Ich dachte, das wäre Mercedes. Sind die auf BMW? Nee, BMW sind die, die dicht auffahren. Ja, das passt auch. Und BMW sind die, wo die Blinker immer kaputt sind. Ja, da habe ich heute auch zwei, dreimal gesehen. Ich bin fünfter Platz. Dich sehe ich nicht, genau das ist, also musst du weiter unten. Zwanzigster. Okay, hat sich ja für dich gelohnt, vom zweiten auf zwanzigsten. Ich meine, der Null ist nichts. Das war ein beschissener Start. Okay, wenn die alle über die Cubs fahren, mache ich das auch. Unter Umständen habe ich da gerade einen so ein klein bisschen geschoben. Ich bin schon mal im Teamkollegen vorbei, das ist ein gutes Zeichen. Oh, was machen die denn hier alle? Drängen wir uns mal vor. Und wieder in einem vorbei gedreht. Und dann versuchen wir uns mal zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020